Grüß euch! Das hier ist der neue Slingwing V3 mit Hard Handles. Das heißt endlich eine direkte Verbindung zur Strut. Ansonsten die gleichen Features, wie wir sie vom Slingwing V3 schon gewohnt waren. Also ein sehr kompakter, ausbalancierter Wing mit ordentlich Power. Und wie gesagt, jetzt eben mit direkten Griffen. Vorne dran ist auch nochmal extra viel Platz für die Hand, dass man den Wing auch mit einer Hand im vorderen Griff halten kann. So kann man ihn schön hinter sich stehen lassen und hat ihn vor allem auch wieder schnell an den Griffen. Wenn man die vordere Hand nimmt, dann sowieso super schnell. Ja, wir haben schon viel Spaß mit den Hard Handles gehabt und sobald wieder Wind ist, kommt doch mal den Slingwing bei uns ausprobieren.